Augenfokus! Augenautofokus! Augenautofokus ein! Bölkstoff! Prost! Aber wir haben einen wunderbaren Blick hier unten aufs nette Tal. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube! Ich stehe hier am Anfang des netten Schieferfahrts in Trims. Unten gletschert die Nette vorbei. Ich habe die Fuji XC4 am langen Arm. Filme mit dem Profil lebendig. Die Jungs sind auch gerade gekommen. Wir machen wieder einen schönen Corona-Walk, weil was anderes bleibt uns leider nicht übrig. Ich bin ja schon mal den Raumfahrt hier gegangen mit einer Action-Cam mit dem Osmo und der DJI Mavic Mini. Die habe ich auch im Rucksack dabei. Aber ich habe auf Fleischwurst und Brötchen dabei. Und die Jungs haben wahrscheinlich Bier dabei. Und ich teste einfach mal wieder ein bisschen die Fuji. Mache ein paar schöne Fotos unterwegs und filme einfach mal mit der Fuji. Ich weiß, das sieht mit dem Osmo Pocket oder Pocket 2 besser aus, weil smoother. Aber ich möchte halt diese Kamera auch beherrschen. Und wenn man mal ein paar Stills oder so und ein paar schöne Fotos zwischendurch machen kann, ist die Kamera natürlich ein bisschen besser wie der Osmo Pocket 2. Also lasst euch überraschen, was wir alles für Impressionen für euch filmen können. Es geht auf jeden Fall erstmal wieder steil den Berg hoch und mir fällt schon fast der Arm hier wieder ab. Ich filme in 4K 60. Der Film wird in 4K 30 gerendert. Der Film wird in 4K 60. Der Film wird in 4K 30 gerendert. Stuhl. offenses Mache Leute, schon voll am schwitzen, die sind zu faul überhaupt runter zu kommen hier, aber schaut euch mal die schöne Aussicht über Drüms an und dahin ist der Kamelenberg, da, Kamelenberg, kennt ihr. Wir wussten unsere dream, wir würden uns so far, aber nach einer Woche oder so, es alles einfach fällt, aber wir waren höher als die ceiling, So Leute, die erste Rast nach, ich weiß gar nicht wieviel Metern, nach Verhältnismäßig wenig Metern, aber es ging steil den Berg hoch, aber wir haben einen wunderbaren Blick hier unten aufs Nettetal mit dem Nettetal-Viadukt. So, der erste Rast beendet, die erste Dose Radler ist vernichtet, jetzt geht es da runter und dann durch den Eisenbandmüll durch, runter zum Nettetwasserfall. So, wir sind auf der alten Bahnstrecke Koblenz. Ja, Koblenz-Polsch-Main. Im Grunde genommen konnte man früher hier von Koblenz bis nach Polsch, nach Kaisers-Esch und nach Main fahren. Und wir sind jetzt so zwischen zwei Tunneln hier unterwegs. Ist jetzt ein alter Radweg. Kann ich auch nur empfehlen, mal mit dem Rad zu fahren. Ist wirklich cool. Ich weiß, dass du dich all alone in dieser Welt fühlst, aber du musst dir in uns. Und wir werden dir helfen, weil wir nur was best, was best für dich. So, Leute. So richtig mit Rast ist nichts, weil ganz viele Leute unterwegs sind. Wir kommen aber jetzt runter zur Nette und dann auch zum Nettetwasserfall. Mal so ein kleines Highlight wieder. Eben waren wir gerade am Nette-Viadukt, so eine alte Eisenbahnbrücke. Die Tunnel sind übrigens so aus dem 19. Jahrhundert. Ist schon, ja, schade, dass es da eigentlich gar keine Eisenbahn mehr gibt. Radweg ist zwar auch schön, aber grundsätzlich wäre heute so der Nahverkehr, oder der wäre schon nicht so schlecht, wenn man da eine Eisenbahn hätte. Das ist ja, schade, schade, schade. Das ist ja, schade, schade. Das ist ja, schade, schade, schade. Das ist ja, schade, schade. Das ist ja, schade, 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 schade. Im Grünland steht auch die Wanderung im Mittelpunkt und nicht der Film oder so. Ich probiere einfach ein bisschen aus mit der X-T4 und schau mal, was dabei rumkommt. Musik 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 Ganz netter Singletrail hier, würde ich mal sagen, hier so zwischen dem netten Wasserfall und Trims. Und es ist ein bisschen Betrieb hier, aber wir versuchen jetzt mal irgendwo einen Rastplatz zu finden, wobei die Chancen wahrscheinlich eher schlecht stehen, aber wie gesagt hier, schöner Singletrail, geil. Jetzt haben wir mal richtig Schwein gehabt, denn der Tisch da ist unser und die Aussicht ist auch unser. Sehr schön, jetzt wird Fleischwurst gegessen und Bier getrunken. Ist ja eine Corona-Walk, das ist ein Corona-Eat, das wir heute machen. Ostereier, Fleischwurst und Bölkstoff, Prost. So, Pause beendet, Drohne wird nicht geflogen, aber ich habe noch ein bisschen Material von letztem Jahr von der Wanderung, das blende ich jetzt mal ein. Und wir gehen jetzt weiter über das Maifeld hinten mit Blick auf Main gleich, dann um Trims herum mit einem kleinen Blick auf Welling, dann wieder einen Berg hoch, runter zur Nette und dann zum Auto. Und dann zum Auto. und dann zum Auto. Musik Musik So, jetzt laufen wir gerade über das Maifeld. Was hast du dazu, Uwe? Sehr schön. Frisch hier oben, ne? Aber wir werden gleich wieder auf Wallung kommen, weil da vorne kommt schon der nächste Berg wieder. Jetzt wird es dann wieder warm. Musik Musik Sometimes what you want ain't what you need Sometimes letting go can make your heart bleed Sometimes the road ahead seems dark as night Have some faith in yourself, that's the guiding light You should know that when your dreams have Hit the ceiling and falling back down on the ground Let me tell you, I know the feeling, I used to live in that town One door closes and another swings open Übrigens, kleine Anmerkung meinerseits mal zu der ganzen Filmerei heute. Das kann natürlich nie so gut werden wie zum Beispiel der Vlog hier in Firneburg, wo ich dann auch noch einen YouTuber dabei hatte, der mit mir immer hin und zurück gelaufen ist. Das ist einfach nur learning by doing hier mit der X-T4. Und ich habe auch mal die Auto-ISO eingestellt, um die Sachen auszuprobieren. Und die Fotos sind natürlich auch in Weitem nicht komponiert, sondern einfach nur geknipst, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, wenn es den einen oder anderen unterhält, wo ich mich ein bisschen ausprobiere oder auch einfach mal so ein bisschen Naturzeige hier bei uns hier in Eifel, weil ich weiß, da eine ganze Menge, die interessiert das halt, dann hat es ja auch schon Sinn gemacht, dass ich mir das Ding hier an den Arm gebunden habe, sozusagen. So, der letzte Berg steht uns bevor. Danach nochmal eine schöne Aussicht ins Nettetal. Und dann geht es ab nach Hause. Heute Abend ist noch Livestream. Und dann geht es ab nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Leute, das ist doch eine wunderbare Stelle für eine Abmoderation hier. Eine schöne Bank im Hang hier mit Blick auf die Nette da unten. Ja, ich habe ein bisschen rumgeknippt, ich habe ein bisschen rumgefilmt, ich habe ein bisschen rumprobiert. Mal gucken, ob ein schöner Vlog bei rausgekommen ist. Ich habe ein bisschen Konservenmaterial von der DJI Mavic Mini hier von der Nette, vom Nette Schieferfahrt eingeflochten. Und ich denke mal, ich habe euch ein schönes Video zusammengeschnitten. Und dann sehen wir uns auch bald im nächsten Video wieder, was es sein wird, keine Ahnung. Ich mache es gerade, wie es kommt. Heute Abend ist noch ein schöner, entspannter Livestream. Da freue ich mich schon drauf. Und dann würde ich auch sagen, macht es gut, haut rein. Und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.